ProfiHantel. Von Sportler für Sportler. Die Marke ProfiHantel zeichnet sich durch ein überschaubares, aber hochqualitatives Produktsortiment aus. Dabei hat sich die Marke auf das Training zu Hause spezialisiert, vor allem mit Hantelbänken und Hanteln. Seit 2012 existiert das Unternehmen und genießt auf Amazon höchste Produktbewertung für all ihre Produkte. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn bei ProfiHantel merkt man, dass sie dem Nutzer ein fantastisches Produkt liefern wollen, welches sie selber gerne benutzen würden. Quasi das Apple der Fitnessbranche. Ich kann ihre Produkte bestens gewissens empfehlen, da ich mich von ihrer Qualität persönlich überzeugen konnte. Kein anderer Hersteller von Hantelbänken bietet so eine hohe Belastbarkeit und Qualität für einen solch absolut fairen Preis an. Viele ihrer Produkte sind multifunktional, können also mehrfach verstellt werden und gegebenenfalls zusammengeklappt und sind somit sehr platzsparen. Darüber hinaus gibt es zu jeder Bestellung von ProfiHantel das hier verlinkte Trainingsposter gratis dazu. ProfiHantelpreis-Leistungsverhältnis Bei keinem anderen Hersteller bekommt man für sein Geld so viel geboten wie hier. Jede einzelne Hantelbank im Sortiment von ProfiHantel ist sein Geld allemal wert. Darüber hinaus wird jeder Hantelbank gratis das XXL Trainingsposter mit 30 Übungen für zu Hause hinzugefügt, sodass man nach dem Erwerb von Hantelbank und Hantel sofort mit dem Training beginnen kann. Allein das wäre schon ein Grund, Produkte von ProfiHantel zu kaufen. Besonders die günstigere Modelle bis 1,50 Euro sind perfekt für Anfänger geeignet. Sie bieten alles, was man für ein simples Training braucht, zum kleinen Preis. Fazit Hantelbänke von ProfiHantel ProfiHantel bietet für jedes 3-Segment ein tolles Produkt an. Neben den Produkten findest du kurze Beschreibungen und Wissenswertes, beispielsweise ob die Hantelbank zusammengeklappt werden kann oder wie hoch die maximale Belastung ist. Du solltest sowohl als Amazon als auch unter Produktbeschreibung ausführliche Beschreibungen der Produkte lesen. Meiner Meinung nach macht es nur im besonderen Einzelfans Sinn, von einem anderen Hersteller zu kaufen. ProfiHantel genießt das uneingeschränkte Vertrauen hundert zufriedener Kunden auf Amazon. So viele Menschen können nicht irren.